Hallo, mein Name ist Marvin und ich komme aus Deutschland, aus Nordwestdeutschland. Und ich wohne in einer kleinen Stadt namens Bad Oeynhausen, die ist so um die 50.000 Einwohner. Ich selbst heiße Marvin und ich gehe auf das Freie vom Stein Berufskolleg in Minden. Das ist eine Stadt, die ist neben Bad Oeynhausen. Ich wohne hier in dieser Stadt schon seit 10 Jahren ungefähr. Vorher habe ich in anderen Städten, wie zum Beispiel Herford, gewohnt oder auch Höhlehorst. Die Stiefel fand ich auch ganz gut, aber ich finde immer noch Bad Oeynhausen ist eines der besten Städte, in denen ich bis jetzt gelebt habe. Große Städte finde ich jetzt nicht so toll, aber ich wohne Gott sei Dank auch nicht in einer sehr großen Stadt. Meine Muttersprache ist Deutsch, ich kann aber auch Englisch flüssig sprechen und habe recht gute Kenntnisse im Schwedischen, da ich schon, da ich ein Viertel Schwede bin und deswegen mir selbst Schwedisch beigebracht habe, kann ich Schwedisch schon recht gut sprechen. Ich kann auch einige andere Sprachen, aber auch einige Sprachen selbst entwickelt, zum Beispiel die Sprache Jajos oder Krakki, die habe ich selbst entwickelt und gemacht. Und die haben ein paar Sprecher, nicht viele, so um die zwei bis drei jeweils. Wir haben gerade Ferien, Ferien sind gerade angefangen, das heißt, ich habe nicht so viel zu tun, das heißt, ich kann auch länger an den Sprachen, die ich selbst gemacht habe, weiterarbeiten. Und ja, das war es eigentlich. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Dankeschön fürs Zuhören.